Eine junge Blondine beschließt, das Reiten auszuprobieren und das, obwohl sie noch nie zuvor Unterricht oder überhaupt Erfahrung mit einem Pferd gesammelt hat. Sie nähert sich dem Pferd und beschließt, es zu besteigen, ganz ohne Hilfe. Als sie sich schließlich im Sattel befindet, spürt sie eine Mischung aus Nervenkitzel und Aufregung und als das Pferd langsam in Bewegung kommt und sich in einen sanften Galopp begibt. Doch während sich das Pferd mit einem gleichmäßigen und rhythmischen Tempo bewegt, beginnt die blonde Reiterin langsam aus dem Sattel zu rutschen. In Panik greift sie nach der Mähne des Pferdes, doch ihre Finger finden keinen Halt. Sie versucht verzweifelt, sich am Hals des Pferdes festzuhalten, aber ihre Griffkraft schwindet und sie gleitet immer weiter seitlich herunter. Das Pferd aber setzt seinen Galopp unbeirrt fort, als wäre er sich der schwankenden Lage seiner Reiterin nicht bewusst. Schließlich, nachdem sie fast ihren Halt verloren hat, versucht ihr Blondine, sich verzweifelt vom Pferd zu lösen und sich in Sicherheit zu bringen, aber ihr Fuß bleibt im Steigbügel hängen. Und nun ist ihr den erbarmungslosen Hufen des Pferdes ausgeliefert, die unaufhörlich auf den Boden niedersausen und ihren Kopf immer wieder gegen die Erde schlagen. Als ihre Sinne langsam verblassen und sie nur noch Momente von der Bewusstlosigkeit entfernt ist, geschieht zum Glück das Unglaubliche. Der Rewe-Mitarbeiter findet sie und zieht den Stecker des Pferdes heraus.